Was ist die Zukunft der Lübeck-Universität der Lübeck-Universität? Ich bin der Autor zahlreicher Fachpublikationen und Lehrbücher, unter anderem des Lehrbuchs Marketing – A Relationship Perspective, welches wir als Grundlagenliteratur auch diesem Massive Open Online-Kurs zugrunde gelegt haben. Schließlich bin ich als Unternehmensberater noch Coach, Keynote-Speaker und wie gesagt Consultant für zahlreiche internationale Organisationen, Institutionen und auch Regierungen. Und das ist die Zukunft der Lübeck-Universität der Lübeck-Universität. Und das ist die Zukunft der Lübeck-Universität. Und das ist die Zukunft der Lübeck-Universität.